Das ist das für ein Kreisweg, oder was? Ich bin da irgendwie rübergekommen. Ach, was weiß ich. Das ist die Belegung, machen wir es uns. Nee, wir kommen da nicht hoch, ne? Nee. Nö, 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 nö. So, hier bin ich jetzt gelaufen. Bin ich jetzt komplett falsch gelaufen? So, wir sind hier runter. Müssen wir hier hoch. Das könnte sein. Können wir da hoch... Ah ja. Ist hier sonst noch irgendwas, außer... Okay, hier geht's weiter. Ach, wenn man das in guten Zeitmann nicht gespielt hat, ne? Natürlich ist das dieser Wulgrim. Nee, den brauchen wir nicht. Ist der Falsche. Ach, come on. Das sehr ausserätzlich würde ich das können, ne? Nein, wir müssen da, ne? Bin ich mir relativ sicher. Komm, Schaufler. Okay. Ja. Ja. Oh. Ich will doch nur zur Praxis. Wieso ist das denn so schwer gerade? Nee, der war nicht hier. Hä, der war doch... Alter. Das erwirbt mich. Was war der denn? Spacko. So, wir müssen auf jeden Fall da rüber, wenn ich mich fliege, aber... Oh, der Praxis da drüben? Ich bin gerade... Ach, Stiebigkeit. Ich bin ehrlich gesagt gerade etwas verwirrt. Nein. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist falsch. Oh, Herrgott, ey. Muss doch ein Vulcrum geben da drüben. Sei gegrüßt. Bitte. Lass dir Zeit. Da waren wir. Graue Klippen. Nee, das ist der Anfang. Bohranlage sind wir. Und Stabphallen haben wir uns geportet. Ich laufe jetzt den Weg, der mir einfällt gerade. Also, ich habe anders erkennt. Den anderen Weg kenne ich nicht mehr. Ich würde jetzt den nehmen. Ja. So, wo ist jetzt die Kleinen noch? Den Puzzi. Ich nehme die Seelen einfach mit. Weg ist weg. War das der Richtige? Nee, hier muss ich lang. Oh, wie ich den hasse. Oh Gott, der ging einfach. Muss ich einfach nur hier rüber oder muss ich da hoch? Oh, das ist jetzt eine berechtigte Frage, weil ich habe absolut keine Ahnung mehr. Vielleicht sind wir hier richtig. Moment, war ich hier? Oh, nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ey. Ich will doch nur darüber. Ich will nur zu dem Spacko. Wenn sie scheiße nochmal laufen. Oh, heute, äh, ey. Die Folge hat es in sich, ne? So, jetzt haben wir nur noch einen Weg, der offen ist. Dieser dumme Wirbelstrom. Hm. Ja, ist jetzt. Easy. Weg mit der Punze. Jetzt kommen wir rutschlappen. Wir haben ja keine Wahl. Einfach nur gerne hören, ob es uns jetzt eine Belosung gibt oder sowas. Weil der Fürst ist ja scheinbar tot. Das ist in gewisser Art und Weise. Hat er auch jetzt reagiert, ne? Hat sich uns gemerkt, ne? Auf Wiedersehen. Willst du mich verarschen? Nein. 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 Ich habe da drüben gerade was gesehen. Oh, Junge. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe da drüben gerade was gesehen. Und hier ist leider nichts. Und hier ist leider nichts. Okay. Okay. Man kann nicht runterspülen. Schade. Verstehe nicht warum, weil ich hätte es perfekt getimt, aber... naja. So. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Weil jetzt bin ich etwas überfragt. Wirbelstuhl ist kaputt. Wirbelstuhl ist kaputt. Okay. 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 Aber... Ihr wollt jetzt keinen Hinweis auf eine der nächsten bekommen oder so? Also... Der sagt mir, ich soll da hinten lang. Dann da hoch. Ich glaube, jetzt einfach mal kurz die Runde. Willst du mich verarschen? Na. Kann ich oben bei der Praxis weiter? Ja, ich muss in den Westen, aber... Nope, da ist Boden und drunter. Kommst du auch wieder runter direkt? Natürlich nicht. Ich glaube aber nicht, dass bei der Praxis weitergeht. Fürsten haben wir ja... in Anführungszeichen besiegt, aber... Zorn haben wir besiegt. Ich glaube, da fehlen noch zwei oder eine. Ich bin mir nicht sicher, wie viele wir jetzt haben. Hier ist alles voller Gitter. Und du sagst, wir müssen da hinten hin. Oder was? Hinten hin, aber irgendwie... Ist da hinten hin nicht so richtig. Hinten ist es nicht dahin, wo ich will. Ah. Hinten sie, der Totenkopf oben ist echt anstrengend. Hilft mir nicht wirklich. Warum lädst du denn diesen Bereich schon wieder? Halt den Kram doch mal im Cache. Also, ich sehe jetzt keinen Plan, sozusagen. Ähm... Ähm... Äh... Oh, Alter. Langsam nervt diese Welt, weil ich etwas verwirrt bin von dem ganzen Scheiß. Also, ich sehe jetzt nicht die Welt, weil ich weiß, was 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 ich weiß. Oh! Einer weg. Och, come on! Alter, gegen die Sche... Och. Gegen dieses Scheiß-Ding gesprungen. Why, bitte? So, wir laufen jetzt... in Richtung, wo er uns sagt. Und wir versuchen sie jedenfalls. Das heißt, wir dürfen es nur wieder durch ein paar Gegner betteln. Sehr wahrscheinlich. Da komme ich doch nie im Leben hoch. Also hier ist ein Dead End. Auf jeden Fall. Das heißt, ich muss ein Wurzeln benutzen. Da sehe ich keine Ahle drin. Der Zaun war da oben. Die Arena wurde ich rausgeworfen sozusagen. Hier unten geht es nicht weiter. Nehme ich den Wurzeln. Womit kann dir dieser Bescheide... Ah, die Klappe. Lass dir Zeit. Wo ist das? Nördliches Ende. Okay. Wir haben Wolkenkratzer. Waren wir. Die Kreuzung. Das ist am Anfang. Die brauchen wir nicht. Oder? Ah, doch. Das ist da unten. Vielleicht ist es gar nicht so falsch. In die Kreuzung herzugehen. Wir könnten auch zu der Kirsche. Mal gucken, ob wir jetzt zu der Tuse kommen. Wollen wir das mal machen? Ich habe keine Ahnung, wie viele Viecher wir erlegt haben. Aber es wäre interessant. Vielleicht geht die ja jetzt schon. Weil wir zufällig sechs Stück haben. Weil wir zufällig sechs Stück haben.